Große Mengen Mais und Gestreitestroh auf dem Acker sind ein Eldorado für den Regenwurm. Mit diesen Strohmengen kommt viel Kohlenstoff wieder zurück auf den Acker. Doch es bedeutet nicht automatisch, dass dieser Kohlenstoff direkt im Humusaufbau zur Verfügung steht. Der Grund dafür ist das weite CN-Verhältnis. Dadurch, dass das CN-Verhältnis im Stroh sehr weit ist, wird Stickstoff benötigt, um es zu zersetzen. Diese Zersetzung, Stickstoff, muss ja irgendwo herkommen. Und dieser wird von den Mikroorganismen aus den Humusbestandteilen des Bodens dafür herfreigestellt. In der logischen Konsequenz bedeutet das, dass also nicht mehr Humus aufgebaut werden kann, sondern er nur umgebaut werden kann. Trotzdem ist der Stroh wichtig für den Boden, aber in anderer Funktion. Es ist die Nahrung für den Regenwurm und es ist eine Abschattung und ein Schutz des Bodens vor Witterungsverhältnissen, wenn ansonsten der Boden nur spärlich bewachsen ist. So wird der Boden vor hohen Temperaturschwankungen und starken Niederschlägen und hoher Sonneneinstrahlung geschützt. Der Boden wird verletzt.